hallo 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 wir machen jetzt hier weiter mit der dekoration ja mal gucken was das ganze hier so wird dann werde ich die hier noch anpassen dass das in geraden linien reingeht das hier gucken wir uns auch einmal an aber das sieht leider aktuell alles aus wie eine riesengroße scheune ja so So und das gleich von hier an geht man eher so und hier lang. So und das gleich von hier an geht. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Das war's. So, Ventil in die Richtung. Die Richtung, die Richtung. So. 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 Dankeschön MonoRDD. Hi, ich versuche gerade irgendwie hier ein Design reinzubringen. Ich habe noch nicht so die Idee, aber das wird jetzt erstmal eher so Richtung ich will das Gebäude hier fertigstellen und dann kümmern wir uns um was anderes. Yo, genau. So. Und unser nächstes Ziel ist dann... Erstmal die ganzen Ingots und so weiter fertig zu kriegen, also die ganzen Barren, das heißt wir werden einen Haufen Raffinerien für Catherium, Kupfer und so weiter bauen. Das wird auch noch super. Ich glaube wir müssen irgendwie 200 Raffinerien bauen oder so. Alle nur für Barren. Da werde ich auch noch ein neues Design für fertig machen und dann mal gucken. Weil ich bin am überlegen, zwei von denen übereinander zu stapeln. So, wie viel Output kriegen wir eigentlich? Raffinerien-Brennstäbe. Okay, Erze brauche ich nicht. Also wir haben drei Erze, die wir abbauen. Eigentlich insgesamt vier, weil Quarz ist auch noch ein Erz. Aber wir stellen her 500 Katerium-Barren, 400 Kupfer-Barren, äh eher 500 Kupfer-Barren und 1200 Eisen-Barren. Die Eisen, äh ne, die Gummi- und Kunststofffabrik haben wir schon fertig. Wir brauchen dann noch 24 Wasserextraktoren. Ja, das wird noch ein bisschen was. Okay. 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 Ups. So. Aber auf die Fabrik freue ich mich schon am meisten, weil ich da schon echt coole Ideen im Kopf habe. Aber ja, das wird Uftata auf jeden Fall. So. 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 So, und hier kommt und eine Kanone hin. Jawohl, ne. Die könnte man eher hier heransetzen. Die könnte man eher heransetzen. Oops. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube man nie hat aufgeräumt und da was kaputt gemacht Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So 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 Okay keine Leerstromleitung, okay. Verdammt. Gucken wir mal eben. Oh. Guten Tag Zuschauer. Heute hatte ich tatsächlich nachher in Satis die Unreal Engine ist abgeraust. Erstmal neueste Treiber. Oh krass. Ah. Jetzt weiß ich was passiert ist. Okay. Die hat hier Mayhem an Plattform gesetzt. Und den Dingestens in der Mitte nicht erneut gesetzt. Das erklärt es. Und ich habe mich schon gewundert, warum wir die Hälfte als Strom nicht als Bonus produzieren. Okay. Dann läuft da doch alles richtig. Äh. Prioritätsschnittschalter. Das geht mit Schalter. Ja. Ja, jetzt bin ich auf der Und die Grafik auf ganz runter gesetzt Das sieht aber das Spiel nicht gut aus Ach kacke Hast du denn am Ende rausgefunden was das Problem war Weil Das hatte ich an sich noch nicht Kupferproduktion Die OE schrieb Dass die GPU geclosed wurde Okay Dann hätte ich eher gesagt Dass du Einen Treiber Problem mit der Mit der Grafikkarte hast Ja nehme ich auf an Lässt du den Laptop auf Auf einem Buch oder sowas stehen Dass der nicht direkt Kontakt mit Zum Beispiel irgendwie Stuff hat oder so Oder dass der zumindest von unten noch Luft ziehen kann Das ist so cool Ja Dann Ich bin Verdammend. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das geht Wohl gemeldet, ich habe noch einen zweiten Bildschirm offen und da sind auch zig Chrome Tabs offen inklusive Holy Shit, Modred hat 50 Leute vorher gemacht 250 Sicher jetzt erst Nice Aber ja, wie gesagt, da sind noch weitere Clients offen Ja Ja, das kann ich mir vorstellen Weil, aber Auf dem Server selbst, okay, da ist er Wirklich komplett rein dediziert Auf die Nur auf die Berechnung und Der idelt hier so mit 3 bis 4 Prozent rum Also zwischen 3 und 4 Prozent Last nimmt der CPU an Und Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, und wie sieht deine Last aus, wenn du mal ganz weit weg von deiner Base bist? Untertitelung des ZDF, 2020 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 ... 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 Was ist dein aktuelles Projekt? Was ist dein aktuelles Projekt? Ah, erstmal MK4 Bänder legen und vergrößern, okay. Was ist dein aktuelles Projekt? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Äh, nicht, sondern die Mega-Fab. Ähm. Einfach nur, weil das cooler aussieht und du alle Ressourcen reinholst und dann einzelne einzelne Fabriken hast. In einem großen Komplex. Aber, ähm, leistungstechnisch wird das nicht gut. Da bin ich eher da am Start, dass ich dann sage, okay, hey, komm. Ich will eine Brennstofffabrik oder Brennstabfabrik bauen und ich brauche einen Haufen Ressourcen und einen Haufen Platz, also baue ich es hier hin und hole mir dann die Brennstäbe per Ähm, Drohne. Und dann, wenn ich dann außerhalb dieses Bereiches hier bin, habe ich keine Probleme mehr mit der Grafik oder sowas. Also das sehe ich dann eher so. Tanke fangen, wenn ich eine Ressourcen reinfinde, oh, desto auch ein bisschen ja. Und dann, wenn ich dann wo weiß ich nicht, ihr eigentlich sagt, dann, wo weiß ich nicht, wo weiß ich nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Also ich find's halt nur cool mit den... Mit der... Mit der Darstellung halt mega geil. Vielleicht sollte ich... Oops... Das war's für heute. Das war's für heute. Ja... Ja... Das war's für heute. Ja... Das war's für heute. Oh... Oh... Das war's für heute. Das war's für heute. Das... Fundamente... Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh ja, rat mal warum ich hier mit dem Bauplan rum experimentiere. So, Fallgerade. Material, Asphalt. So, Fallgerade. 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 Oh, ich hab was vergessen. Hallo, Meisterkuchen. Okay. Okay. So, Fallgerade. So, Fallgerade. So, Fallgerade. ändern. So. So, wie geht's und was baust du gerade? Bin noch neu. Hi. Also. Der Plan ist es. Eine Wie heißt es gleich noch? Eine Zugverbindung zum zur Wüste herzustellen. Das heißt, wir gehen hier einmal lang. Etwa hier hin und werden dann nach oben gehen. Und hier werden wir die erste Fabrik bauen. Vielleicht auch hier zwischen irgendwo. Hart erhöht auf jeden Fall, sodass wir definitiv an Sachen rankommen. Ohne Probleme. Und da bauen wir eine Brennstofffabrik. Und jetzt wollte ich äh neues Design für die Rails machen. Mit einer internen Tube. Genau. So. Und ich glaube, das dürfte ganz cool aussehen. So. Das sind so ein paar Designideen, die ich mir äh geklaut habe. So zum Teil. cool. Ah, cool. Ich habe gerade erst die Kohlekraftwerke freigeschaltet auf meiner Welt. Und ja, ich kann dir eins sagen, es geht schnell voranzukommen. Und dann kommen auch so ganz komische Situationen. ähm Mani zum Beispiel, die hier mitspielt. Die hat sich die äh Aufgabe gesetzt, eine äh ähm Turbofuel-Fabrik zu bauen. Die ist hier hinten. Wo wir jetzt gerade hinfahren. Die ist hier. Und da hast du halt einen ganzen Haufen Brennstoffgeneratoren und Raffinerien, die hier arbeiten. Aber das ist die Turbofuel-Fabrik hier alles mit, ähm 100, äh Brennstoffgeneratoren. Hier werden Batterien hergestellt. Dann habe ich die letzten Tage schon angefangen mit der AKW-Produktion und musste ein Abfallprodukt loswerden. Das kann ich dir auch gleich einmal zeigen. Aber das ist so am Anfang brauchst du echt lange Ja, so ein bisschen kenne ich eure Welt. Habe öfter auf TikTok gesehen und wollte mal live dabei sein. Oh, das freut mich auf jeden Fall. Nice. Aber jetzt kommen wir zur, äh Abfallproduktion von meiner neuesten Fabrik. Hier wird Kupfer und, ne hier wird Kunststoff und Gummi hergestellt und später entweder per Zug rausgeholt oder per Drohne. Aber das sieht aus wie eine Hühnchenfarm leider. Aber hier ist mein Abfallprodukt Treibstoff und das wird einfach verbraten. Nix weiter aktuell damit gemacht. Das kommt vielleicht noch irgendwann. Aber ja, hier wird dann einfach der Treibstoff verbraten, damit ich Gummi und Kunststoff herstelle. Ja, ich struggle mit Phase 4 und lass die momentan einfach links liegen. Ja, haben wir auch gemacht. da sind wir aktuell noch dabei. Wir wollen jetzt erstmal die Grundvoraussetzungen für Strom herstellen. Das heißt unsere AKW-Produktion und dann gucken wir mal weiter. So, links liegen bei mir gerade Alu- und Quarzfabrik im Vordergrund anschließend eine Rocketview-Fabrik mit Generatoren. Nice. Wenn du den Sprit in Rocketview wandeln würdest, ja, später. Vielleicht noch, aber aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, Au. Habe ich keinen Bock drauf. Also, wir werden jetzt hier, hier ist eine gute Position, um Sachen zu zeigen. Wir werden jetzt von hier unten, da sieht man ja schon bei dem Zahnrad, wo der Start ist und dann werden wir hier lang gehen, hier rüber, nach da hinten und dann hier rüber und hier werden wir dann da ganz am Ende holen wir uns von hier das Wasser, aber da ganz am Ende werden wir dann die Fabrik für die Brennstoff Stäbe herstellen und von der Wüste aus direkt selbst die ganzen Sachen dann rausholen. Ja, genau. Ja, und da ist schon das Grippe der AKWs. und da ist die kleine Kohle Fabrik so so also muss ich immer Fundament hinsetzen oder was Fundament Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oder gibt es keine flachen Dächer? Doch, gibt es. Wenn du unter Architektur guckst, gibt es hier Flachdach. Außer du hast es noch nicht freigeschaltet. Du müsstest da mal in den Awesome Shop reingucken. Und hier müsste es eigentlich unter Architektur sein. Fürs Dächer und fürs Dachecken. Und da findest du die Dächer eigentlich. Und hier ist es natürlich. Und hier ist es natürlich. Und hier ist es natürlich. Untertitelung des ZDF, 2020 So, gibt es eine Option Tastatur für Bauen? Präzise hoch runter. Aber gibt es irgendwas, womit man das nach unten bringen kann? So, gibt es eine Option Tastatur für Bauen? 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 Ah, danke, war einfach blöd. Oh ja, kenne ich was von. Was ich ein bisschen vermisse hier bei den Bauplänen ist, die Höhe 0 festzulegen. Das heißt, das hier wäre zum Beispiel Höhe 0. Wenn ich dann das bauen würde, würde es sich immer an der Höhe orientieren und nicht ganz hier unten. Oh. 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 Das war's für heute. 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 Ja, es gibt noch vieles, was sie geiler machen könnten. Aber ich denke, dass sie sich da safe drum kümmern und viel auf die Community hören. Davon gehe ich auch sehr stark aus. Weil die haben ja schon echt viele Veränderungen hier reingebracht. Ja, ich glaube, das wird schon awesome. Das war's für heute. So, die Idee hier ist es jetzt. Mit den Plattformen werde ich gerade bauen, mit denen werde ich koordinieren. Das heißt, die werden dann irgendwo angeschlossen, wo dann hier zum Beispiel so eine leichte Kurve ist, dass ich dann einfach in die Kurve reingehen kann. Dann muss ich hier nochmal durchgehen und sowas zum Beispiel machen. So, und mit der Tube in der Mitte werden wir auch dann easy dahin kommen. Ah, das wird nice. Ah, und das sieht auch noch so cool aus. Und im Next Step könnte man dann auch noch, wenn man Bock hätte... Oben drauf noch eine Plattform setzen für... So, Road Straight. Road Straight with Power. So, dann könnte man halt wirklich sagen, ja komm, wir packen noch oben drauf eine Autobahn. Oh. Hmm. 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 und zwischen den einzelnen ist immer ein mini booster das heißt auch geschwindigkeitstechnisch sollten wir hier abartig vorankommen da freue ich mich schon drauf und wenn ich hier eine abzweigung haben möchte kann ich hier einfach raus gehen nach unten bauen und wieder hoch schießen und dann wird das mittelstück hier einfach entfernt ich glaube das dürfte richtig geil aussehen wie wir hier gerade durch in die wüste und darüber wird das dann alles verteilt hmm so 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 und dann denke ich mal dass wir da hinten irgendwie sowas wie ein kreisel dankeschön so was wie ein kreisel hinbauen werden oh ist das noch weit okay wenn dann hier runter und hier in kreisel bauen vielleicht auch hier rein gehen und hier in kreisel bauen ich weiß das noch nicht genau so 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 33, 42 und hi. Alter. 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 So, wir ballern da die Zugverbindung jetzt fertig. Deswegen habe ich jetzt mal umbenannt. So, wir machen jetzt mal ein bisschen weiter. ARD Text im Auftrag von Funk Hmm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hätte ich noch einen Knick weiter gemusst Ja, der hier ist richtig So Ja, es ist ganz Ganz gut, finde ich auch Aber irgendwie hat es mich Zwischendurch verloren Ich kann dir noch nicht mal sagen, warum Ich kann dir noch einen Knick Ich kann dir noch einen Knick Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So und auf anderen Seite machen wir das selber auch nochmal. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nice. Das war's für heute. 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 Oh. Oh, den hab ich noch nicht verbunden. Das war's für heute. Oh, das ist schon geil, dass das ist. Das war's für heute. 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 Ähm, das war's für heute. Oh, das war's für heute. 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 Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. 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 Und ich hab's für heute. Also, ich hab's hier extra mit den, ähm, ähm, Dingsens gemacht. Damit man weiß, in welche Richtung der Zug dann fährt. Das einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist wirklich irgendwie, äh, äh, festzulegen, wie ich das hier mit den, äh, Abzweigungen mache. Hm. Hm. So. Aha. Ha, das sieht mega aus. Also, die Frage ist nur, schaffen wir das von der Höhe vom Terrain, ja? Oder müssen wir noch irgendwie ein nach oben gehen? Ah. 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 Huuu... ich glaube das wird das kein strom verdammt das 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 macht laune und was Produktion von Kunststoff und ja, das war es dann, also das finde ich geil. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ach verdammt. Sous-titrage Société Radio-Canada ha ich war gerade überlegen wie ich das mit dem kreisel am besten mache aber also wir rechnen jetzt einfach erstmal von hier aus verdammt so 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 Regel auferlegt. Sous-titrage ST' 501 ... Ah, hallo Spadigi! Was geht? Was habt ihr gezockt? Und guten Abend! Hallöchen! Na, was habt ihr gezockt? 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 Wir waren im Recycling Center unterwegs. War echt lustig. Mir gefällt's. Ist das auf Steam erhältlich oder in echten Leben? Okay. 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 Wie sieht das lustig aus? Okay. Also, das habt ihr gespielt? Das hört sich eigentlich mal ganz lustig an. Die Bots haben wir, äh, heute, okay. Vorgestern rausgekommen sind die Bots haben wir heute bekommen. Nice. Äh, das sah lustig aus. Und Steam killt anscheinend... Meine Aufnahme. Rudi, komm du noch mal zu mir auf dem DC. Ein Traum mit den kleinen Bots. Ja, nice. Äh, Panzer? Ich weiß jetzt nicht. Ah, okay. Du hast mit Spuddy gezockt, äh, gesprochen. Ich zock das aus. Aber man sagt, hallo, du Schlingel. Ja, genau. Oder sprich die Person direkt an. Das war ein wenig irritierend. Äh, äh. Hi, dankeschön. Ein Ungläubiger im Hort des Meisters. Verdammnis über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Ah. Willkommen, willkommen. Danke für den Follow. Dein Sound ist sehr leise, also vom Alert. Okay. Dankeschön. Ich versuche mein Bestes, muss ich sagen. Ja, da habe ich den Sound eigentlich hochgedreht. Warte mal, das werde ich mal ausprobieren. So. Äh. Emulate Follow Event. Ein Ungläubiger im Hort des Meisters. Verdammnis über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Also der Alert ist eigentlich aber auch recht sauber. Äh, laut. Meine ich nicht sauber. Sauber ist der auch. Komisch. Komisch. So, äh, oh Gott. Äh, ich spiele es selbst auch und habe mir schon ein paar... ...abgeguckt richtig nice. Ja, das freut mich. Dafür ist das da. So, ich muss Essen abholen. Wir hören uns. Bin im Lurk und wünsche dir einen schönen Stream, mein Bester. Dankeschön. Wünsche ich dir auch viel Spaß im Lurk. Guten Hunger dir. Und, äh, ja, man hört, sieht sich. Und dann schönen Abend dir. Ähm, ich würde es gern mit euch gern auch streamen, aber mein Rechner sagt nein. Ja, ich habe einen zweiten Rechner. Deswegen funktioniert das relativ easy. Nee, der ist sauber. Ich höre den gut, ja. Oh, sorry, mein Fehler war auf 60% bei Twitch. Ah, das erklärt es. Ich bin gerade mit den Intersections hier bei Dovan und weiß gerade nicht, wie ich... ...einen Kreisel hinkriegen soll. Vor allem mit den zweispurigen. Äh, ich habe mir gerade einen neuen zusammengestellt, aber 1600, aber es wird Zeit. Ja, ähm, bei mir war das beim Stream selbst, muss ich dann immer die Grafikqualität von den Spielen runterdrehen. Und das ist überhaupt nicht mein Grind. Und deswegen habe ich mir von Ebay dann einen zusammengebaut, der dann ein bisschen bessere Grafik hat. Äh, äh, nicht Grafik, sondern einfach nur, äh, fürs Streamen geeignet ist. Und, äh, den verwende ich jetzt aktuell. Also rein fürs Streaming. Und, äh, der hat jetzt zehn Jahre auf dem Buckel. Und der geht hier jetzt in die Knie. Äh, C120 statt C16. Was? Das verstehe ich nicht. Ähm. Ja, wie gesagt, meiner war, äh, so an sich eigentlich ganz gut, aber ich, äh, hatte halt wirklich das Problem, dass ich die, ähm, Grafikqualität runterschrauben musste. Und darauf hatte ich partout keine Lust. Logistik, Production, Organisation, Transport, Bahnhof. Also, der fährt da lang und kann dann straight up da reinfahren. Da ist grün. Also so rum. Oh. Also gehen wir mal lieber hier hin. Das einzig und allein nur für Power auf den Skien. Oh, falsch rum. Nice. Äh, Commodore-Ribbon, oh, sorry. Aber da merkt man mal wieder, dass ich noch nicht so alt bin. Dass ich sowas dann nicht weiß, ne? Das ist dann ein gutes Anzeichen für mich, du. Oh, oh, god. Tja, so sehe ich das nämlich auch. Tja, so sehe ich das. So, können wir das eigentlich, äh, das will ich jetzt nur mal eben nachprüfen. Spezial, oder brauchen wir da die Bauplanstufe next? Ok,ταιvé. So,markets. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich will was testen, ob das überhaupt funktioniert. Transport. 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 So das müsste ich eigentlich so mal bauen dann weiß ich ungefähr wie ich ja okay dann machen wir das so ok bin dabei motoren mal so provisorisch zu automatisieren ja haben wir auch gemacht einfach nur damit man vorankommt und motoren dann am ende hat oh Oh. 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 Was sieht das geil aus? Nichts über den SUS1. Okay. Was zur Hölle? Wo kommt der denn jetzt her? Aber das ist geil. Untertitelung des ZDF, 2020 Wo kommt das denn jetzt her? Ja, hier haben wir die heutzutage moderne Form der Waschstraße. Das heißt immer, wenn Züge zur Brennstofffabrik fahren, gehen die hier erst einmal durch die Kontaminierung durch. Das passt ja echt gut. Das passt ja gut. Alter. 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 Alter . Alter. 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 Geysir unten rein. Nice. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Ich bin aber noch am... Also, wir werden ja hier lang gehen. Und dann hier rein. Ach, ich bin aber überlegen. Oder ob wir das einfach so straight hier runter bauen. Ja, mal gucken. Puh. Puh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hmm... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. No... Bis zum nächsten Mal. 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 Und... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm 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 So Und den nächsten Hmm 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Kein Problem. Ich hab meine Zeit bis jetzt sehr intensiv genutzt. Ich hab nur gesehen, dass du Schienen verlegt hast. Hm, okay. Ähm, du darfst jetzt dann meinen Stream mal kurz nicht angucken. Oh, ehrlich jetzt? Ja, erst wenn du online bist. Ach, Hutschi-Butschi. Aus Gründen. Wo du dann denkst, oh, what the fuck. Ja, ich hab nur gesehen, dass du die Schienen bis vor unser Haus gelegt hast. Ja. Also nur das kleine Stückchen, quasi. Ja, gut. Dann, dann, dann kommt auf jeden Fall der what the fuck. Das, das freut mich. Ja, cool. Ich mach dann schon mal direkt Strömen an. Oh, shoot. Ich hab auf Strömen... Oh, warte, warte. Ich hab auf Starten gedrückt. Ich mag nicht auf Starten drücken. Ich dachte, du wolltest den Strömen anmachen. Ja, ja, aber ich wollte eigentlich erst das Spiel starten und dann den Strömen anmachen. Ah, so. So, äh, das hört man, das hört man. Die Quelle muss ich mal eben... So. Äh, er hat auch sonst nichts anderes gemacht. Er hat nur Schienen verlegt. He, he. So, äh, Server Manager. Hast du dir meine Spaghetti-Fabrik angeguckt? Äh, ja, die hab ich gestern noch ein bisschen bearbeitet. Oh. Ja, aus Gründen. Ich kann's halt verstehen. Ja, äh, aber ich hab nichts Schlimmes gemacht. Ja, ja, alles gut, alles gut. Okay, PS Coffee Slayen. Ich will endlich meinen Personenwagen. Ah. Okay. Lass mich ins Spiel spielen. Hast du die Bilder gesehen, die ich auf Dingens auf Discord geschickt hab? Äh, nee. Ich hab dir Fotos von ihrem Arm noch geschickt. Ah, okay. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Oh, doch. Oh. Ja. Das sieht geil aus. Ja. Und so viel besser als vorher. Ja, das glaub ich. So, ich bin, äh, an der Computerfabrik. Okay, ich, äh, komme mal zur Computerfabrik. Alles klar. Hallo, Zuschauer. Skytrain und Personenwagen über die Map-Gondeln. Auf jeden. Ah. Oh, ich werd direkt zugedampft. Und ich hab direkt deine, ähm, wie heißt das gleich noch? Deine Kofferfabrik, da hab ich auch noch was gemacht. Ah, Ja, ja. Hat dir mein Spaghetti-Salat nicht gefallen? Nee, nee. Das war egal. Ich hab, äh, den Netzschalter durch ein, äh, Prioritätsnetzschalter ausgetauscht. Ach so. Ich dachte, du hättest jetzt irgendwas gravierendes geändert oder so. Ach so, ich hab, ich hab kein Lager dazwischen gehauen, ne? Ach, das hast du. Okay, gut. Ich seh schon. Ja, ich hab nur die zwei Sachen dazwischen gehauen und hier unten den, hier den Prioritätsschalter. Da hab ich jetzt Netzschalter hingesetzt und drüben bei der Kofferfabrik auch. Ja. Weil die anderen Netzschalter, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Nur bei so Sachen wie, nee, eigentlich gar nicht. Okay, cool. Weil da kannst du sowas wie, äh, Computer anpassen oder deine, äh, Kupferproduktion, dass sowas dann halt erst am Ende, äh, relativ früh ausgeht, aber sowas wie die Produktion der Brennstäbe später ausgeht. Ja. Oder gar nicht. Okay. Boah, ich musste hier oben bei dem Drohnen-Port so aufpassen, dass die Förderbänder nicht wie ein Hakenkreuz aussehen. Ich hab das gemacht, hab so gesagt, das gefällt mir gut und dann hab ich nochmal drauf geguckt, ich so, äh, vielleicht doch nicht. Das sah halt wirklich eins zu eins aus. Ich hatte, ähm, die halt so gemacht, dass sie so einen rechten, so einen rechten Winkel halt ergeben und das, das war nicht gut. Ach, das war nicht gut. Nee, das, das glaube ich, oh Gott. Ja, vor allem ich noch so, oh ja, gut, das gefällt mir, äh, Moment, nee, das kann ich so nicht lassen. Ja, dann kommen wir zurück zu unserer Base. I'm on my way. Oh, weißt du, ich hab kein Tattoo bekommen, ich bin total im Arsch. Warum denn? Der Vermieter bei, äh, der Vermieter da hat die Heizung ausgestellt und es war kalt, es war wirklich kalt. Okay. Ja, da kann man doch nicht tätowieren. Ja, und Jackie saß da am Top. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch absoluter Abfuck. Mhm. Ja, wir haben ziemlich gefroren. Und noch nicht bei, äh, runter zur, Kohlefabrik. Links, oder, Moment, Kohle. Äh, zu Kohlekraftwerken. Äh. Das hier ist erstmal nur provisorisch. Moment, ich weiß gerade nicht, wo du bist. Hier. Ach, da. Ja, du wirst mir auf der, äh, auf dem Kompost nicht mehr angezeigt. Oh. Deswegen. Kannst du mit einsteigen? Nein. Aber ich kann vielleicht oben drauf mitfahren. Äh. Äh. Nein, kann ich nicht. Schuut! Warte. Das machen wir drauf. Ich hüpfe einfach, äh, über die Dinger drüber. Ja, das wird nichts funktionieren. Ja, denn natürlich wird das funktionieren. Äh. Wenn ich ganz weit nach vorne renne, jedes Mal, dann funktioniert das auf jeden Fall. Ja, und sonst. Das muss man ausprobieren. Ja. Ich hab dir sonst einen Wagen. Sind das kleine Schilder? Ja, in welche Richtung du fahren kannst. Ah. Okay. Ja, ich musste mich hinten auf den Wagen draufsetzen. Ja, hab ich gemerkt. Bin voll dagegen gesprungen. So, das ist die Bahnstrecke jetzt zum Wüstenbiom. Ja. Ich hatte übrigens von den, ähm, diesen Kühe Rippen, die beiden Schrägen oben, hatte ich einmal mit 4 und einmal mit 8 Meter gemacht, weil ich glaube, dass das bei großen Gebäuden mit den 8 Meter Dingern besser aussieht, mit den Schrägen. Ja. Zum Abschluss oben. Glaube ich auch. Also ich hatte es mal getestet mit den 4 Metern, ähm, und ich habe die Hälfte der Fabrik dann jetzt einfach so stehen lassen, mit, äh, die Front ist offen. Okay. Ja. So viele Energieschneckchen. Holy shoot. Ja, und jetzt kommen wir langsam zum Ende. Wir stürzen aber jetzt nicht gleich hin und da ist noch eine. Äh, in unser Verderben, oder? Äh. Ne, das hält einfach an. Oh, das ist ja langweilig. Okay. Ja. Aber das baue ich gerade. Ja, voll cool. Ja. Ist aber echt, uff, ne, dauerhafte Arbeit. Glaube ich dir. Pam! Genau, und sonst, wenn du zurückkehren willst, äh, das ist ein bisschen übertrieben, du könntest hier in eine der Hypertubes einsteigen. Riesenmoppelchen. Ich hab keine Munition mehr. Oh, Mann. Da liegt ja noch Zeug rum. Klar. Loot. Nicht, dass wir es bräuchten, aber Loot. Pass auf, jetzt hab ich viele Dinger hier ge... Da läuft ja immer noch eins rum. Jetzt nicht mehr. Ach Gott, da war ja noch eins. Okay. Ja. Das ist so gerade der Prozess. Nice. Dauert nur ewig um drei Tage. Und wenn du hier weg willst, ne? Mhm. Kannst du hier in eine der Hypertubes reinjumpen. Genau. Und dann geht's jetzt Richtung weg. Voll gut. Ja, ich glaub, die Geschwindigkeit ist nur so ein bisschen, ähm, too much. Ach was. Äh, Memo an mich selbst, niemals mit Ellie einkaufen gehen, sonst läuft sie... Alter, Hilfe! Hilfe! Was ist denn hier passiert? Ich wurde einmal quer across the map geschossen. Ja. Äh, sonst läuft sie durch den Laden und sammelt überall Loot ein. Ähm, wäre einkaufen für mich nicht so unfassbar anstrengend, äh, dann wahrscheinlich schon, aber eigentlich bin ich so, ich hab meine Liste, ich renne in den Laden rein, schmeiß alles in den Wagen und renne wieder aus dem Laden raus. Also alles, was auf der Liste steht, versteht sich, ne? Oh, Standard. Ja. Ja, hättest du den anderen Jetpack aufgehabt, dann, äh, würdest du da nicht so durch die Weltgeschichte knallen. Das war aber sehr lustig. Nee. So, ich kann noch was abreißen. Okay. Oder, hattest du das schon? Weiß ich nicht. Die Computerfabrik, die alte? Die ist rechts von dir. Da, das orangene Teil. Hm. Hm, 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 hm. Wusste ich. Ich gehe von oben dran. Ach, warte mal, das hier kann ich auch wegmachen. Miau. Ach ja, und die, äh, Plastikkunststofffabrik ist jetzt einigermaßen fertig. Oh, sehr gut. Äh, jo. Aber das ist halt rein für Brennstäbe. Ja. Ja. Das ist halt ja. Na, ja. Dann, das ist halt das ist halt . Und wie lange wart ihr jetzt eigentlich beim Tätowierer? Angefangen zu tätowieren hat er um 12. Auha. Ja, es war ein bisschen länger als ich dachte. Das glaube ich. Vor allem allgemein auch ziemlich lange für Jackie. Mhm. Ja, die war hinterher auch ziemlich fertig, also. Ja, okay. Eine 6-Stunden-Session ist jetzt ja auch nicht ohne, ne? Äh, 6 Stunden? Wir waren da bis... Bis? 17 Uhr. Ah, okay, dann 5 Stunden. Ja, ja. War trotzdem lang. Ja, glaube ich. So, dann hätten wir den Truppel hier nämlich auch schon weg. Ach, guck mal, da ist sogar noch so ein Ding drunter. Hat sie dann für nächste Woche Urlaub zum Erholen, oder? Sie hat morgen ein Fußballspiel. Ja, genau. Nein, nein, wirklich, sie hat morgen wirklich ein Fußballspiel. Ja, okay. Äh, das ist so dämlich. Ja, das haben, äh, Markus, also der Tätowierer und ich auch versucht ihr zu sagen, aber, ja. Das war nicht das, was sie hören wollte, weil wir haben ja keine Wahl, weil wir sind ja nur x Leute. Mhm. Naja, aber, ähm, wie willst du ein Tattoo maximal zum Entzünden bekommen, ne? Ja, wie gesagt. So. Das hätten wir schon mal weg. Mhm. So, so. Okay. Das war's für heute. Boah, ich hab gestern wirklich einfach den ganzen Tag gar nichts getan, ne? Das ist doch auch mal schön, oder nicht? Ja, das tat richtig gut. Das glaub ich. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, Zuschauer. Ich glaub, solange wie du gebraucht hast zum Antworten ist er schon fast wieder da. Oh. Ja, wow. Verdammt. Oh Gott. 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 So, wenn wir das AKW dann fertig haben, dann machen wir uns mal an die tatsächliche Produktion von den Raumluftteilen. Wenn du willst, kannst du dich da eigentlich schon dauerhaft die ganze Zeit dran machen. Ok, wunderbar mach ich. Weil... Ich glaube das AKW wird noch ein bisschen länger dauern. Ok, ok. Genau. Jetzt nächste Aufgabe. Mission accomplished. Ach ne Moment, Mission angenommen, wie auch immer. Ja. Erstmal hier die Computerfabrik abreißen. Eins nach dem anderen. Entsmalisieren wir den Ziel. Sie – Ska – Annehmen mit Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott, das wird anstrengend, die Planung hierfür. Das glaube ich dir. Ich gucke mal, was ich alles brauche. Eventuell kann ich ja jetzt die neu freigelegten Erzquellen hier oben dafür verwenden, Teile herzustellen für den Weltraumlift. Je nachdem, was ich halt brauche. Ich weiß nicht, ob es einfacher wäre. Äh, obwohl, nee, passt schon. Was wolltest du denn sagen? Äh, ich war im Überlegen, ob es einfacher wäre, den Weltraumlift anders zu bauen. Äh, nicht den Weltraum, oh Gott. Äh, die Teile dafür anders zu bauen, aber das ist eigentlich egal, weil... Du meinst, keine eigene Fabrik dafür, oder? Doch, doch, eigene Fabrik dafür. Aber ich war im Überlegen, ob du nicht erstmal mit den Weltraumliftparts Nummer 1 anfängst oder sowas. Aber das ist in dem Fall egal, weil die brauchst du so oder so für den anderen Kram. Ja, ich weiß. So, fangen wir doch mit dem ersten Teil an, was wir brauchen. Und zwar diesen thermalen Raketenantrieb. Zur To-Do-Liste hinzufügen. Ich brauche davon 500, richtig? Ja. Oh, dafür muss ich erstmal Turborotoren herstellen. Und das ist so. Mäh. Oh. Ich will das doch nicht machen. Tja. Hallo, Corby. Genau, Corby sagt Hallo. Oh. Nee, was brauche ich denn für das andere? Ich meine, irgendwann müssen wir das sowieso machen. Da kommt man halt einfach nicht drumherum, aber... Oh, modulare Motoren brauche ich auch. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, außer ganz viel Abstand. Ja, deswegen ist die Frage, ob du... Hab gerade Treibstoff... Oh, nice. Dann kannst du jetzt auch mit Öl anfangen. Ob du einfach sagst, okay, ich fange jetzt an mit... Ähm... Moment. Welchen Teilen fängst du denn am geschicktesten an? Hier, Magnetfeldgeneratoren oder sowas, ne? Hm. Dafür brauchst du Mehrzweckgerüste und elektromagnetische Steuerstäbe. Und dann würde ich wirklich dafür eine einzelne Fabrik bauen. Für die ganzen Komponenten. Hm. Weil du brauchst ja auch diese... Äh... Mehrzweckgerüste. Jetzt weiß ich nicht, ob man vielleicht einfach sagt, im... Äh... Satisfactory Planer. Alle vier Komponenten aufgeführt. Nicht, dass du... Diese... Ähm... Wie heißt es? Mehrzweckgerüste doch für irgendwas anderes brauchst. Ach, stimmt. Ich kann den Satisfactory Dingens nehmen. Das sagst ja was. Genau. Dann mal gucken, ob man dann einfach irgendwie... Äh... Eine Fabrik für alles baut. Oder halt... Äh... Eine Fabrik getrennt voneinander. Aber wenn du zum Beispiel die Mehrzweck... Stützen für drei Fabriken brauchst, dann baust du das halt auf die Größe aus. Das wird sehr eskalieren. Oh ja. Weil meine Vermutung ist auch noch... Dass du den Kram auch noch später brauchen wirst. Also für... Phase 5. Mhm. Nur in anderen... Komponenten dann drinne. Hallo. Internetseite. Könntest du mir bitte Bilder dazu anzeigen? Dankeschön. Äh... So, ich brauche einen Magnetfeld-Generator. Ich brauche... Ich meine, einer pro Minute reicht ja erst mal. Ah, ich hätte das so gemacht, dass... Äh... Ich weiß nicht, wie... Wie viele man herstellt. Weißt du das? Ähm... Was meinst du? Äh... In der Fabrik... Äh... Oder Manufaktur oder wie auch immer, ne? Bei den Magnetfeld-Generatoren baust du einen pro Fabrikator her. Ja, wenn du das meinst. Ja, dann hätte ich das mit 1 gemacht. Ja, ja, wenn... Äh... Wenn da ein so ein Ding 2 pro Minute herstellt, dann gehe ich da auf 2. Damit der Rest sich vorne auch anpasst. So, was haben wir noch? Thermala-Raketenantrieb. Ich, äh... Zeig gleich im Stream mal, wenn ich alle 4 Gegenstände in einen, äh... In einen Netzwerk-Graf packe, was das... Wie das ausschaut. Okay. Wahrscheinlich hart zum Kotzen. Oh. Oh. Ja, du. Das sieht ganz cool aus. Das wird auf jeden Fall super easy peasy lemon squeezy sein. Ja. Okay. Das Ding ist, äh... Ich muss halt relativ weit raussuchen, damit man überhaupt da... Äh... Da. Ja, das sieht doch entspannt aus. Ja, ne? Und ich brauche 8 Gigawatt. Ja, das ist ja auch entspannt. Äh... Der Strom ist wohl das geringste Problem, glaube ich. Oh, nee. Ich glaube, ich fange erst mal mit einem an, bevor ich mir da jetzt alles angucke. Hä? Nee, du brauchst die. Ach ja, stimmt. Ich muss ja alles, alles machen, damit ich gucken kann... Ach, scheiße. Wie soll ich denn da was erkennen? Hahaha. Also, was ich bei der großen Sache gemacht habe, hast du schon die Rezepte synchronisiert? Mit deinem Speicherstand? Ich muss erst mal den neuen Speicherstand hochladen. Weil, äh... Das könnte den ganzen Haufen noch immens reduzieren. Oh ja, da habe ich jetzt Lust drauf, dass wir das gemeinsam betrachten. Ich muss nur mal eben... Weil hier kann ich kein... Ding hochladen, ne? Das muss ich in der Karte selber machen. Äh, ja, genau. Das muss ich in der Karte selber machen. Zurück an ne Schüppel? Wah? Das sieht nicht besser aus. Sag ich ehrlich. Ich sag, wie, das sieht nicht besser aus. Oh, doch, das geht. Aber... Was du definitiv machen kannst, ist... Äh... Auf Gegenstände gehen. Ich glaube, das wird dann einfacher für dich zu bauen. Ich brauche 1800 Kubikmeter Wasser die Minute. Ja, das ist jetzt nicht viel. Ich mach mit einem Generator 120. Okay, das ist tatsächlich nicht so viel. Das sind 16 Stück. Das ist noch nicht mal eine von diesen Linien, die du da gebaut hast. True. Heißt, ich brauche irgendeinen Ort, wo ich sowohl Öl als auch Wasser in der Nähe habe. Was noch nicht belegt, ist wohl bemerkt. Wofür brauchst du denn Öl? Weiß ich nicht. Für die 716.000 Einheiten an Polymerharz die Minute. Ne, das sind 716 Polymerharz. Ups, das ist ein Komma, kein Punkt. Ja. Brauchst du da... Scroll mal ein bisschen runter in deiner Liste da. Hm. Weiter, 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 weiter. So, zum Beispiel, du könntest die Platinen von deiner Fabrik, das Kunststoff von deiner Fabrik, ableiten. Oder ich nehme das Kunststoff, was aktuell unten an den Bahnhof geliefert wird, weil, ähm, das wird momentan nicht verbraucht. Äh, joa, dann würde ich aber vorher noch das Rezept rausnehmen für die Platinen mit Petrokoks. Oder Petrolkoks. Obwohl, die Katerium-Platine kann ja bleiben. Joa. Also, du könntest auch überall abzweigen. Ja, dass ich mir das, dass ich mir die Einzelteile von woanders anliefern lasse. Genau. Also, ich hatte gesehen, dass du da noch Funksteuereinheiten brauchst. Die könntest du natürlich vorher noch herstellen. Müsste relativ einfach sogar sein. Mhm. Weil du dafür Computer und, äh, ich glaube, das war es sogar schon wahr. Guck mal, und, äh, Kühlsysteme haben wir schon in der Produktion. Computer haben wir in der Produktion, ähm. Warte, 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 stopp. Ja. Eins nach dem anderen. So, Kühlsysteme. Wie viele brauchst du da? Vier pro Minute. Nee, fünf. Vier, fünf, fünf. Genau. Und da würde ich... Ja, und vier Computer. Sollen wir halt mal nicht komplizierter machen als unbedingt notwendig. Ja, genau, das dachte ich nämlich auch gerade. So, dann fällt das nämlich schon mal weg. Dann, 256 Gummi, das wird auch unten am Bahnhof angeliefert, oder nicht? Äh, ja. Ja, aber nicht so viel. Aber das ist eigentlich... Aber da, ja. Eigentlich ist das, die Fabrik ist die einzige Fabrik, wo wir sagen können, Effizienz ist egal. Ja. Wir kriegen da Computer und das geliefert, weil, ähm, ob die jetzt die Anzahl in der Minute herstellt, oder wir... Ja, dann dauert es halt ein bisschen länger. Das, bei der Fabrik wirklich nicht das Problem. Genau, das dachte ich nämlich auch. Ist eigentlich bei allen Fabriken, aber, äh... E-Joll. So. Eine Rahmensäule schräg bauen, das ist relativ einfach. Du nimmst dir einen Metallträger oder einen gefärbten Träger, setzt den irgendwo ran, machst auf Freiform, wählst deinen Winkel aus, den du haben willst, und dann nimmst du die kleine Rahmensäule zum Beispiel. Das geht jetzt hier leider nicht. Die Stahlträger... Ah, weil das außerhalb ist. Moment. So. Sekunde. Ja. Dann kannst du das so machen. Ich bin mal ganz, ganz kurz auf, K. Ich bin gleich wieder da. Hi, jo. Die kannst du einfach über diese Sachen drüber stülpen. Was richtig nice ist. Das ist jetzt. Das ist erstmalig. Ich bin glücklich. Nein, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Schön, saud薇ale zu einem glücklich. Ich bin glücklich. Geile geht jetzt glücklich. viene gr Bishop. Was richtig? Das war's. 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 So, dann setzen wir hier wieder das normale Material rein. Und die andere Farbe. Nice. Nice. So, 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 so. So, so. Okay, das hat nicht so geklappt, wie ich gehofft hatte. Aber dann machen wir das anders. So, es wird eine Tube durchgeleitet und das und das und das, sauber. So, bin wieder da. Hab ich, was hab ich verpasst? So nix großartiges. Ich habe jetzt hier eine Schräge gebaut und die wollte ich jetzt mal ansetzen. Mani ist eigentlich da, die ist aber nur grad nicht da. Genau, die ist gerade einmal, glaub ich, bei ihrer Freundin. Genau, die kommt gleich auch wieder. Die hat gerade Testsystem für, ähm, wie sie Sachen fertig machen kann. Für die Hyper... Ne, ich Hyper Tube, für den Fahrstuhl. Genau. So, und jetzt probieren wir mal was. Oh nö, ich habe einen Fehler begangen. Okay, alles nochmal neu. Ich Idiot. Zum Glück nicht so viel neu. Nur den kompletten Aufbau. Aber jetzt wissen wir ja, wie wir den haben wollen. Es wurden nur kleine Fehler begonnen. Ich bin wieder da. Willkommen zurück. Dankeschön. Es wurden Fehler begangen. Oh, oh, oh. Das hört sich nicht gut an. Äh, ja, ich habe nicht mitgedacht und jetzt muss ich diese komplette... Das, was ich gerade gebaut habe, einmal die komplette Oberfläche entfernen. Ah, Moment, ich muss auf 38 gehen, ich bin immer noch beim Kalkulieren. So, Motoren brauche ich auch nicht. Die habe ich. Ja, das spart schon ziemlich viel, wenn ich mir die Sachen so zusammensuche. Mhm. Das ist das Beste, wenn man nach 30 Minuten Arbeit alles neu machen kann. Oh ja. Oh ja. Naja, das Gute ist ja wirklich, ich äh... Das ist zum Glück nicht so schlimm. Weil ich das ja jetzt komplett fertig geplant habe. Ja. So, die Quarz-Oszillatoren brauche ich auch nicht selber herstellen. Die kriege ich bestimmt auch irgendwo herabgezwackt. Oh ja, nur 3, die... das ist jetzt nicht so viel. Ja, die kannst du von deinen Computern holen. Genauso wie KI-Begrenzer oder wie auch immer die heißen. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Was machen wir so denn? Brauche ich die überhaupt? Ich glaube, die brauche ich gar nicht. Ja, es kann sein, dass die jetzt weggefallen sind, weil die, äh, Computer da drin standen. Hm. Das, was ich vielleicht bauen sollte, ist eine extra Fabrik für Highspeed-Anschlüsse, dass wir die grundsätzlich haben. Äh, ja. Weil die brauchen wir halt auch immer wieder. Das wäre vielleicht ganz nice. Dann könnte man da ein Ding ins Kirchen draufsetzen, obendrauf. Ähm, wie heißt das gleich noch? Äh... Ein Depot, so. Ja. Wie viele wollen wir da? Achso, Moment. Ich mach mal so viele, dass ich auf jeden Fall einen Manufaktor vollkriege. Das sind... Äh... Warte. Ich guck mal, wann ich auf eine gerade Anzahl komme. Bei 11 die Minute. So, was brauchst du denn dafür? Platin, Kabel und Turbodraht. Ich glaube, es ist einfacher, du baust bei deiner Computerfabrik... noch eine weitere Fabrik einfach ran und zweigst dann die Platin und den Turbodraht ab. Das glaube ich auch, ja. Also zumindest dafür. Ja, ja, klar. Ist auch die Frage, ob ich so viele brauche oder ob es reicht, wenn ich sage, ich... mache... Sieben die Minute. Oh, ich brauche 392 Einheiten Turbodraht. Ich glaube, ich gucke erstmal, dass ich unsere Turbodrahtfabrik ein bisschen aufmotze. So. So, was habe ich dabei? Kann nicht rein, zufällig. Ich gebe mir einen Miner und davon, zehn davon, drei davon. Muss mal kurz ein bisschen shoppen gehen. Mhm. So, jetzt brauche ich noch einen mobilen Miner. So. So und den schmeißen wir jetzt mal aufs Maximum. Ich glaube der ist schon Stufe 2 aufs Maximum, oder? Ne, da war, oh Gott, die hier sind alle übertaktet schon, das war aber unpraktisch, da muss ich ja anbauen. Ja, oder ein anderes Rezept auswählen. Das ist ja noch das Standardrezept. Ach stimmt, ich könnte die reinen Kateriumwaren machen, ne? Mhm. Dafür bräuchte ich aber Wasser hier. Ähm. Ja, da ist so ein kleiner dezenter Fluss unter dir. Da muss ich ja bis hier in Rohre legen. Wow. Genau. Ich glaube das ist nicht so, die fällt. Heißt, ich mache als allererstes eine komplett neue Kateriumfabrik. Äh, was lohnt sich denn am meisten für den Schredder am Anfang? Sind das diese, äh, Quarzkristalle gut? Ähm, das ist eigentlich egal. Du kannst ja mehrere Sachen dran anschließen, alles was in der Überproduktion ist. Und dann nach und nach wird's halt dann mehr. Äh, genau. Und, also was ich von, von den Sachen her, was die meisten Punkte gibt so, das sind die, ähm, Sam-Dinger, wenn du die schon hast, die Sam-Re-Re-Re-Könnierter Sam oder so? Heißen die nochmal? Ich kann hier gar nicht alles abreißen, ich voll honk. Ach doch, Moment, das ist nur für unsere Computerfabrik. Uh. Oh, guck mal wie das aussieht. Ah, ja. Ah, verdammt. Ich muss erstmal gucken, von wo ich jetzt hier mein Wasser herkriege. Ich meine, der Fluss wäre irgendwo hier unten. Ja, von hier unten würde ich mein Wasser kriegen. Aber man muss sich ja Rohre quer durch die Peri legen. Mhm. Oder du machst das ordentlich und ziehst das auf die Höhe, auf die du kommen willst und machst dann einfach ein, ne Schräge oder sowas. Mhm. Ach ja, wir haben wieder die Schätz miteinander verheiratet. Ach so. Ja. Nur so, als Info am Rande. Ja. Nenn dich so, deine Freundin. Was? Was? Sag mal, was stimmt denn nicht mit dir? Das hat grad so gut gepasst. Hä? Du bist ja ein komischer Kauz. Ja, ja. Ich glaube, das ist das erste, was ich nicht mit an diese Weltgrenzen snappen, Dingsbums mache, sondern... Ich meine, hier unten brauche ich ja nur mal eben kurz was, damit ich die Rohre hochziehen kann. Das muss ja jetzt nicht Feldgrenzen gerade sein. Äh, nö, eigentlich nicht. Nein! Schutti putti! Okay. Nein! Schutti putti! Okay. So. Wenn. Ich. 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 mal eben nochmal den Kalkulator. Äh, das war nicht der Kalkulator. Oh. Das sieht ja mal richtig nice aus. Ich hab deinen Stream noch nicht offen. Du hast gesagt, ich darf nicht. Ach. Jetzt darfst du wieder. Oh ja. Ja. Ach. Nur, dass ich das bedeutend höher noch kloppen muss. Mhm. So, ich möchte am Ende Katerium... Ne, ich möchte am Ende Turbodraht haben. Turbodraht, 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 wo war man? Ach, verdammt. Also muss das jedes Mal passieren. Also muss das jedes Mal passieren. Entfernen. Ja. Ja. Aber nicht der Kunst wäre. Oh ja. Was meinst du, soll ich den Turbodrat mit Kupferbarren und Kateriumbarren herstellen oder soll ich das Alternativrezept rausnehmen? Hallo Peanut, nochmal bitte, da kam gerade Thaddeus Tentakel. Bei dem Turbodrat gibt es das Alternativrezept mit Katerium und Kupferbarren. Meinst du, ich sollte das nehmen oder soll ich einfach nur aus dem normalen Katerium den Turbodrat machen? Ja, ich würde das mit Kupferbarren nehmen, weil du da eine höhere Effizienz hast. Hm. So, Moment, ich habe. Wie viel macht ein MK3 meiner maximal? Das war eben hier, ich brauche mal eben hier eine reine Erzquelle, bitte kurz. Haben wir hier keine Erzquellen angezeigt? Da, 1200 die Minute, heißt, das war der falsche Knopf. Eingänge. Bei Erz, 1200. Ein Katerium, Erz, 1200. Jetzt die Frage, ist die Steigung zu krank? Äh, ja, ich habe komplette Scheiße gebaut. Äh, ähm, ähm. Hm? Ja, mach du sowas mal. Du hast ja noch nicht mal, das, wahrscheinlich noch nicht mal das Achievements für, äh, dass du einen Zug gebaut hast. Das, das meinte ich auch gar nicht gerade. Was denn? Sagen wir gerade, ich bin dabei herauszufinden, wie viel ich mit 1200 Katerium Erz in der Minute herstellen kann. Hm. Seh ich. Ach. Einfach, weil's dumm ist, möchte ich das unbedingt tun. Oh, Moment. Das war der Falte-Knopf. Okay, ich krieg 7200 Turbodraht pro Minute hin. Dafür brauche ich aber 130 Raffinerien. Äh, jo. Oh, wir haben schon so ordentlich was geschafft, würde ich sagen. Sollen wir das machen oder ist das zu... Ich mein, wir können halt den Turbodraht für alle weiteren Fabriken nehmen. Wir müssen uns nie wieder Gedanken über Turbodraht machen. Ja. Und ich brauche auch nur 5 Gigawatt dafür, 5,5. Okay. Ist das zu viel? Äh... Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Äh... Wahrscheinlich. Also die 7200 Turbodraht brauche ich für meine AI-Limiter. Ja, das Ding ist, du übertreibst halt auch immer gnadenlos. Deswegen werden wir es wahrscheinlich nicht brauchen. Aber wenn ich mir überlege, dass ich halt schon für eine Fabrik teilweise... 1000 Turbodraht die Minute brauche. Beziehungsweise 700 irgendwas. Könnte sich das halt schon wieder lohnen. Aber das wäre ein riesen Ding. Überleg dir mal, wie viele Raffinerien ich dafür brauche. Ja, ein paar. Boah. Okay, Chat, Frage an euch. 7200 Turbodraht, ja oder nein? Oh, ich muss mir mal überlegen, wo ich das dann hinbaue. Ja, mach es! Oh? Das Ding ist, ich hätte eigentlich ganz gerne noch eine andere Meinung als die von Peanut. Weil Peanut hat so ganz leicht den Drang dazu zu übertreiben. Ähm, ja. Ich sehe übrigens beide Chats, ihr könnt auch bei ihm schreiben. Hm. Nein, stimmt nicht. Also. Aber mehr ist immer besser. Das Einzige, was ich mir dahingehend wirklich überlegen würde, wäre, brauchst du das wirklich? Weiß ich nicht, wenn wir halt den Turbodraht nur von der Fabrik wegnehmen, dann wahrscheinlich irgendwann schon. Warte mal. Äh. Allein für die Highspeed-Anschlüsse bräuchte ich schon fast 400 Turbodraht die Minute. Wobei eigentlich 7 auch vollkommen übertrieben sind und, keine Ahnung, so 5 oder so auch voll ausreichen würden. Ja, also, ich würde sagen... Äh, Matthias, es geht um Turbodraht, ob ich 7200 Turbodraht die Minute herstellen soll oder ob das vielleicht zu übertrieben ist. Ist natürlich immer die Frage... Willst du das jetzt wirklich machen oder kotzt dich das irgendwann an? Ähm... Ich denke, es wird wie mit der Computerfabrik sein. Es wird mich irgendwann ankotzen. Aber umso froher bin ich, wenn's dann fertig ist. Okay. Mhm. Ich mein, selbst die Hälfte davon ist schon viel. Ich glaube, da geht noch mehr pro Minute. Du hast einen Sockenschuss, ehrlich. Ich. Scheuert bist du. Das und nix anderes. Ja. Die andere Sache ist halt in dem Fall, ähm... Du müsstest da auch noch einen Bahnanschluss oder sowas ranbringen, ne? Ja. Kommt drauf an, was du... Äh, auch zukünftig damit machen möchtest, wenn es nur ums Bauen geht. Können ja auch tausend die Minute reichen. Ja, das Ding ist, das soll hinterher mehrere Fabriken versorgen. Ja. Hallo Spani. Alles klar, guten Hunger dir. Willkommen zurück. Äh, sag mal Bescheid, wenn du was bauen willst, dann stelle ich die Farbe wieder um. Ja. Man muss es logisch sehen, ihr seid im Endgame, also baut auch so. Auch wieder wahr. Ja, ich bin aber der Meinung, ähm... Wir sind zwar im Endgame, aber... Machst du dir damit das Spiel kaputt oder nicht? Ach, ich weiß nicht, halt schon übertrieben, ich glaub... Also es gibt ja einige Leute, die haben... Wie Peanut jetzt als Beispiel, die haben voll Bock auf dieses Fabrikenbau und und und, ne? Mhm. Was ja an sich auch geil ist. Aber... Wenn du mit der Fabrik fertig bist, hast du dann wirklich noch Bock... Äh... Danach nochmal eine zu bauen? Ich glaube, ich mach 1440 Turbo-Draht die Minute. Weil das wäre ein MK3-Miner nicht voll übertaktet. Und dann habe ich auch nur 16 Raffinerien für reine Kupferbarren und 10 für reine Kateriumbarren. Das... Damit kann ich leben, denke ich. Ich brauche... 400... Kubikmeter Wasser die Minute. Kann ein... Wasserextraktor das fördern? Nö. 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 Nö, stimmt! Die kommen maximal 360... Nö, wenn nicht mal 240 oder so. Ähm... 360. Hm. Ja, ich glaube, ich mache das mit 1440 Turbodraht die Minute Ach ja, Spaddy Ah ne, Spaddy war noch nicht wieder da Spaddy hat bei mir gerade kurz geschrieben Ja, kann man dein Spiel aus dem heutigen Stream eigentlich zu zweit spielen, im Kuop? So Hast du ein neues Spiel für uns? Also mal, solche Fabrik an die tausenden Tickets für die Awesome Zink, oh na toll Ich habe heute Morgen vier Stunden an meiner Main Boss gearbeitet für 25 Produkte und verdoppelt gerade mein Rocket Fuel Aber naja, hör nicht auf den Verrückten Ja Ja so Hype wenn man das im Multiplayer spielen kann Wäre das eigentlich ganz lustig Oh ne, ist nur Einzelspieler Schade Recycling Center Ah, ich hatte das kurz gesehen Genau in dem Moment war ich nämlich bei dir drin Ah, okay Das sah äh ziemlich lustig aus Ich glaube ich mache das aber nur mit zwei Wasserextraktoren Übertakte die dann Ja Darf ich die Rohrfarbe umstellen? Äh, ja Ich bin da ja nirgendswo dran Ja, ja Ich frage trotzdem vorher nach Äh, jo Ich habe nur die ähm Farbe gerade von den Ah, wie heißt das gleich noch Äh, die unsere Standardfarbe geändert Mhm Äh, du hast immer noch ein äh Calculator vor dir Gut, dass du es sagst Entschuldigung, follow Oder sching Schicks Und hi So Dann muss ich hier hoch gehen Das war der falsche Die falsche Wand Bevor du die Wand setzt, ne? Hm? Bevor du die Wand setzt Ja Äh Ich muss gleich einmal die Farbe wieder rumstellen Warum? Ah, Beton ist nicht betroffen Okay Äh, ich habe die Standardfarbe von allen Gebäuden auf Äh, rot gesetzt Ja, ist mir aufgefallen Die Wasserextraktoren sind rot Aber das ist nicht schlimm Jetzt muss ich mal eben gucken Wo ich überhaupt hin muss Ich muss so in die Richtung Äh Man sieht nur den Drogen Okay, ja Das hatten wir gerade Äh, hab gerade den Manufaktor freigeschaltet Das ist ja nochmal ein anderes Level Oh ja, ein anderes Level von Nerv Aber damit kann man noch coolere Sachen bauen Süß, ne Pfütze So Äh Na Möchte ich das so machen oder Möchte ich das hier Ich glaube, ich möchte das hier einfach direkt über den Boden laufen lassen Gar nicht mit Plattformen drunter Da ist sowieso nur eine Tube Und zum nächsten Mal Ich freuebbar ... Um... Echt jetzt. Einen Schritt nach dem anderen. Ja. 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 Da. 對 Ja. 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 von der Schweiz wieder nach Hause. Erst in der Schweiz warm fahren und dann richtig ballern. Hauptsache, du kommst gut zu Hause an. Hier sollte man die Gesetze anpassen wie hier in Deutschland, äh ne andersrum wie in der Schweiz. War das nicht da wo du prozentual von deinem Gehalt die Strafzahlung hast für überhöhte Geschwindigkeit? Das schaff ich nicht. Nein. Oh scheiße. Och gottchen, das ist ja nicht mehr die hälfte von dem Berg hier. Das ist ja nicht mehr die Hälfte von dem Berg hier in Deutschland. Keine Tolerianceinkram hat zu schnell, 40 Franken. Ja, find ich mega. Das Schlimmste ist Gefängnis, kein Lappen mehr, Auto wird beschlagnahmt und die Geldstrafe in... Oh boy. Ich mein, das ist halt irgendwo... Gerechtfertigt? Ja, auch vernünftig, ne? Also, weiß ich nicht. Ich weiß grundsätzlich nicht was daran so schwer ist, sich einfach an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. Ja, das ist ne andere Frage. Ähm, was ich eher ungerecht finde ist die Tatsache... Was ist die Kateriumfabrik? Ah, du verdienst siebeneinhalb Milliarden Euro im Monat? Ach, kein Problem, zahl mal die 20 Euro Strafe. Mhm. Und dann die andere Richtung ist dann, du verdienst nur 20 Euro im Monat. Hm, zahl trotzdem die 20 Euro Strafe. Pech gehabt. Ja. Ja. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, wie hoch sind die Unfalltoten in der Schweiz im Gegensatz zu Deutschland? So, jetzt sieht das ja besser aus. So, lassen wir die erstmal bis dahin führen, aber ich werde definitiv Pumpen brauchen. Ansonsten wird der ganze Pumpsee nämlich nicht funktionieren. Das ist schlecht. Hm. Okay, das passt. Hier ne Pumpe hin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was ist das? Jetzt springt er doch nicht gleich immer rund. So, also in der Schweiz 18.000 Unfälle und in Deutschland 2,5 Millionen Unfälle. Ja, aber Deutschland ist halt ein Durchfahrtland und man muss die großen Verhältnisse auch sehen. Und das Autofahren auf der Autobahn in der Schweiz kostet. Und ich sehe da nach wie vor noch kein Problem. Warum man nicht die Strafen so anpasst, dass die jeden gleichmäßig treffen, weil es prozentual ist und nicht. Je mehr du verdienst, desto uninteressanter werden die Strafzahlungen überhaupt. Weil dann am Ende ist es dann irgendwann, du hast keinen Führerschein, ja zahlen wir 25 Euro, dass du zu schnell gefahren bist. Das ist egal. So, was habe ich gesagt? 600 Kubikmeter. Ne, habe ich nicht gesagt. 5, 6, 5, 4. 500 brauchtest du irgendwie. Oder 400, sonst was. 400. 400. Heißt, jeder muss 200 Kubikmeter Wasser fördern, die Minute. Wow, wow, wow. Äh, ich glaube ich muss schon ganz kurz auf, K. Ich werde gerade nämlich gerufen. Jo. Äh, erst muss man generell mal kontrollieren und nicht, äh, nicht um die Gemeindekasse zu füllen. Ja, das ist auch eine andere Sache. Das verstehe ich auch. Und, äh, Strafen. Dass die Strafen höher werden, bin ich bei dir. Na, nicht unbedingt höher, sondern einfach nur... ...angepasst an die Lebensver... ...äh, ja, Lebensverhältnisse. Hätte ich eher gesagt. Oh. Peanut, ich habe deine Nachricht eben gerade erst gelesen mit... ...äh, wie ist eigentlich Forever Winter. Äh, bis jetzt, äh, habe ich da nur ein bisschen reingeguckt. Äh, sieht ganz spaßig aus. Würde ich gerne für, äh, für, für, für Silvester mir vornehmen. Weil das echt so einen leicht, dezenten Horror-Vibe mit drinne hat. Äh, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, ich fahre, aber ich fahre auch, wenn erlaubt ist, auch so schnell wie meine Karre es schafft. Okay, Idiot. Äh, heute zum Beispiel an der Tanke zog ein Ziel mit mehr als 100 vorbei. Ja. Und dann kann es nicht sein, dass da, äh, 2,50 Meter daneben ein Polizeiauto steht und der sich sagt, boah, ist mir egal. Also, das Gefühl habe ich zumindestens, ne? Je, äh, fetter deine Karre ist und je mehr du einen Fick drauf gibst, desto egaler ist es am Ende auch der Polizei. Und eine Strafzahlung hast du da... Da brauchst du keine Angst vor haben. So, und das geht nicht. Und... Korbi? Glückwunsch, jetzt kann es richtig losgehen. Ich finde, ab, ab MK4 hat man dann richtig gemerkt, wie man vorangekommen ist. Weil dann schon 480 und MK5 ist dann nochmal so die nächste Stufe. Also, das ist schon nice. Wenn du den anhältst, bekommst du eine H4-Abrechnung zu sehen. Was? Was ist eine H4-Abrechnung? Da kannst du Gehalt abhaken. H4-Abrechnung? H4-Abrechnung? Oh. H4-Abrechnung? Oh, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay, sorry, Harz war gestern, Bürgergeld natürlich. Mach mich jetzt an, Quarz-Oxalatoren. Korbi, yo, viel Erfolg dir. Die haben mich auch so ein bisschen zur Weißglut getrieben, aber die gehen ja zum Glück noch. Die Frage ist also, wie willst du Gerechtigkeit erreichen? Prozentual. Und wenn jemanden, ähm, CL63 fahren. Der kann das ja fahren, ist mir doch egal. Ähm, aber dann muss er auch mit der Strafe damit klarkommen, dass er dann, äh, in dem Fall würde ich jetzt sagen, müsste der ja eigentlich mal eine Überprüfung bekommen, ob seine Unterstützung, die er vom Staat bekommt, auch gerechtfertigt ist. Und nicht für andere Sachen eingesetzt wird oder er anderes Einkommen hat. Das wäre dann so, ähm, dass dann auch so Verdachtsdiagnosen gemacht werden dürfen. Und ja. Ich wieder. Na? Ja? Musstest du beim Eincremen helfen? Nee, äh, mein Dad hat geklingelt, er hat gefragt, ob ich noch ein, ähm, Ladekabel habe mit Mikro-USB. Oh. Hab ich nicht. Also doch, aber die sind alle nur so, keine Ahnung, drei Zentimeter lang oder so. Ah. Und ich wusste nicht, wo und ich hatte jetzt auch keine Lust zu suchen, wenn ich ehrlich bin. Hehe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Rampe hat ein wenig Ausmaße angenommen. Ich seh's gerade. Och, mir ist so kalt. Entschuldigung. Kurzer Anfall. Äh, mir ist warm. Wenn man sagt, äh, wenn man sagt, ab geht xy Prozent und ab x, äh, oder höher. Er lacht, wie viele Leute willst du denn beschäftigen? Äh, das ist, ähm, in dem Fall ist mir das doch egal, wie viele Leute beschäftigt werden. Wenn, ähm, von vornherein klar ist, dass Gelder da veruntreut werden, die für andere Sachen vorgesehen sind, sollte es nachverfolgt werden und dann auch gerecht bezahlt werden. Weil am Ende generiert man Einnahmen, weil die Sachen ja offensichtlich außerhalb der, ähm, versteuerten Einheiten passieren kann. Und dann wird dann einfach das Auto eingezogen und dem, äh, Steuerzahler zugute gebracht. Also, also... Aber vielleicht sollte man erstmal mit den größten Leuten anfangen, wie zum Beispiel die Korruption im Bundestag oder sowas. Um dann so einen richtigen Aluhut aufzusetzen. Ich sehe schon, ihr habt hier ganz interessante Themen. Äh, ja, äh, wie heißt das gleich noch? Wie hoch sollten die Strafen bei Verkehrsverstößen, äh, in Deutschland sein? Weil in der Schweiz wirst du dann richtig zur Kasse geholt. Ja, ja, in, äh, in den Niederlanden ja auch. Ja, und in Deutschland zahlst du 25 Euro. Und kriegst du einen Klaps auf den Finger, du, du, du. Das machen wir in Zukunft aber nicht mehr, ne? Mhm. Ja. Die Produktion hier läuft jetzt noch, ne? Ja, ich glaub, die läuft noch. Nö, die ist aus. Stimmt, hast recht, die ist aus. Ich glaub, ich hab die Stromzufuhr gekappt. Ausgesehen. Ja, wie immer. Von wo kam denn hier der Strom? Von innerhalb des Gebäudes. Ach, von da. Ja. Ja. Ich mein, das ist ja sowieso nur provisorisch und kommt ja später wieder weg. Jo. Ach, schon wieder einer, der mir Best Viewers verkaufen wollte. Toll. War das bei mir oder war das bei dir? Ne, bei mir. So, Beispiel bei uns aus der Gegend. Bei uns war eine Baustelle. Man hat einen großen Umweg fahren müssen. Und viele haben über den nur für Bus und Feuerwehr freigegebenen Parkplatz abgekürzt. Und das Ordnungsamt hat die Arbeit nach einem Tag eingestellt. Weil das denn denen zu viel... Und für solche Sachen müsstest du da eigentlich, ähm, die Bundeswehr hinschicken mit Nagelstreifen. Und für Feuerwehr und Bus wird der Nagelstreifen zur Seite gezogen. Und jeder, der da nur in der Einfahrt steht, dem wird das Auto konfisziert. Und der muss ich dann erklären. Und da fang ich dann auch so ein bisschen für Polizeigewalt zu sein. Weil da lernt doch keiner. Das ist doch grundsätzlich so, bist du ein Assi, hast du die größten Chancen im Leben. Leider schon, ja. Ich hab vielleicht auch noch ein Förderband abgerissen. No. Aus Versehen, ja. So, die haben auch, äh, weggesehen, als die Rentner durch die Einbahnstraße gefahren... Ah. Ey, gleich zur MPU schicken. Und wenn man nach Fahrschule fährt, bist du gearrscht. Ja, du musst ja nicht unbedingt nach Fahrschule fahren, aber... Die Konsequenzen müssen ja zu spüren sein und nicht... Ja, das Ordnungsamt hat weggeguckt und, ähm... Ja. Das ist jetzt nicht so ganz so schlimm. Das ist jetzt nicht so schlimm. Hm, irgendwie sind 10 Raffen... Äh, brauchen 10 Raffen, äh, brauchen 10 Raffen doch mehr Platz, als ich dachte. Äh. Äh. Okay. Oh, ich hab noch keine Ahnung, wie ich das bauen will. Das ist nur fucking Turbodraht. Kann ich dir auch nicht sagen. Kann ich dir auch nicht sagen. Also, das ist nicht so ganz wichtig. Das wäre war es... Nee, 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 nee. Iya, nee. Oh, ich hab noch��는... Was ich natürlich machen könnte, ist die Raffinerien hier unten aufstellen und hier dann die Kateriumbarren herstellen. Das Kupfer ist so weit weg dann, ne? Das Kupfer müsste ich nämlich von dahinten holen. Wie will ich's machen, wie will ich's machen? Aber Kupfer lässt sich doch, ich sag jetzt mal einfacher transportieren als Wasser oder sowas. So, ich kann ja mal morgen, oh Gott, Moment. So, ich kann ja morgen mal berichten, wie viel wir morgen wieder zu hoch, ohne zu blinken, vor die Karte zu ziehen oder nicht an der Rechtfahrgebot halten, rechts vor, ja. Oh ja, so ein Mittelspurschleicher, ganz grauenhaft, reg ich mich jedes Mal drüber auf. Damit hab ich zum Beispiel auch kein Problem. Also... Oh nee, das ist das, was find ich wirklich, also da hört bei mir auch jedliches Verständnis auf. Verstehe ich nicht, warum. Zwischendurch, wenn du viel zu lange gefahren bist, ähm... Ja. Ja. Mann, ich will irgendeine coole Fabrik bauen und nicht eine, die aussieht wie dahin gerotzt, aber mir fällt nicht ein, wie ich's bauen soll. Ähm... Äh, du hast doch da diesen, diese Klippe, ne? Welche Klippe meinst du? Die da hinten zum Wasser runter? Genau. Also die drei Klippen, die da sind eigentlich. Ja, bau doch von unten vom Fluss aus die Fabriken nach oben. Mhm. Dass ich hier quasi den kompletten Landstrich einmal zumauere. Ne, ich hätte eine Wand gebaut. Also, dass du so, äh, mehrere Etagen übereinander hast. Ja, das Problem ist, dass das hier halt, äh, relativ uneben ist. Weil ich hab hier einmal ne Klippe. Dann hab ich da hinten ne Klippe. Mhm. Und dann hab ich da hinten drauf gemacht. Mann, ich habe effektiv noch nichts geschafft und mir fehlen auch total die Ideen, was ich tun, also wie ich es bauen soll. Ähm. Ich baue das halt. Oh, hier ist noch eine Messersphäre. Sauber. So. Morgen wird das ganz schlimm sein, weil kein LKW unterwegs ist. Wie lange musst du dein Auto fahren? Ah, okay. Dann hält sich das ja noch in Grenzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das ein Ungetüm. Ach. Ich muss mir hier jetzt erst mal ein bisschen Platz sprengen. Okay. Von Zürich bis nach ungefähr Köln. Und warum bist du nicht geflogen, wenn ich fragen darf? So, fahre morgen in D, die A81, dann die A8, dann A5, A67 und A3. Okay. Schon wieder vorbei? Nee, ich habe getroffen. Okay. Ein Glück weiß ich jede einzelne Autobahn aus Deutschland und könnte jetzt genau sagen, wo du lang fährst, wo du lang fährst. Ähm. Ja. Ich meine, alternativ könnte ich die ganzen Raffinerien halt auch da unten hinpacken, ne? Dass ich mir das Erz darunter schaffe. Ja. Du hast gar nicht mehr so viele Raffinerien, ne? Naja, 26 noch. Ah, okay. Das geht ja. Ich war gerade im Kopf noch bei deinen 130. Nee, nee. Nee, 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 nee. Weil dann hätte ich wirklich immer so stufenmäßig nach oben gebaut oder, äh, regalmäßig, sage ich jetzt mal. Ja. Ich glaube, ich baue die Raffinerien nach da unten und kare das Erz einfach da runter. Da muss ich nur gucken, wie ich das Kupfererz anständig da runterkriege. Von einer unserer Quellen bei uns. Ja. Obwohl, nee, die beiden Quellen brauchte ich für dieses, äh, Paste-Dingsbums, ne? Dafür brauchte ich 1200 Kupferbarren die Minute. Ja, aber... Ich glaube, das Paste ist nur für Rezepte vom, äh, Dingsens. Weltraumlift? Ja. Bestimmt auch wieder. Da bräuchten wir eigentlich dann keine so effiziente Fabrik. Ah. Erstens hab Flugangst und, äh, nehm noch Sachen mit. Okay, dann kann ich das verstehen. Hab hier noch was in der Schweiz bestellt und ist das billiger. Und mit dem Auto ist das billiger. Okay. Ja, ähm. Kommt auf die Berechnungsmethode drauf an, ob es wirklich billiger ist oder nicht. Für mich wäre das wahrscheinlich zu teuer. Äh, zu günstig... Nee, nicht zu günstig. Sondern, äh, das Autofahren wäre dann zu teuer. 2.0 Diesel regelt. Ja, ich glaube in dem Fall trotzdem. Weil der Sprit wäre dann der günstigste Teil in meiner Berechnung. Das wäre dann, wie lange fährt man denn für 550 Kilometer? Dreieinhalb Stunden? Vier Stunden? Kommt drauf an, wie gut man durchkommt halt, ne? Ja. Also, ich rechne mit, äh, ähm, einer Stunde pro 100 Kilometer. Ja, sagen wir mal 6 Stunden, da ist dann noch eine Pause dazwischen. Also bist du bei 12, äh, Euro, äh, nee, 12 Stunden mal 30 Euro. Plus, was, was vertankt man da? 1000 Kilometer. Nochmal 160 Euro Sprit. Also, für 520 Euro kriege ich bestimmt Hin- und Rückflug. Drei, vier Stunden bis, äh, länger kein Auto mehr. Ey, ich habe noch nicht mal mehr ein Auto. Also schon viereinhalb Stunden geschafft, aber auch schon sechs bis, äh, und sieben Stunden gebraucht, ja. Ja, für mich wäre das halt so eine einmalige Angelegenheit und da wäre ich dann eher am überlegen, mit dem Flugzeug zu fliegen, als mit dem Auto zu fahren. Außer ich muss natürlich irgendwas mitnehmen, dann ist es nochmal was anderes. Oh, okay, jetzt war's. Oh, okay, jetzt ist es gut. Also, ich bin immer noch was. Ich bin bis zum Liedsäger. Also, ich bin nicht mehr als tun. Ich bin, bis zum Liedsäger. Oder kann man das auch. Ich bin ein paar Friefercie. Also, ich bin nicht mehr als obama. Ich bin nicht mehr als obama aus. Ich bin nicht mehr als obama. Ich bin nicht mehr als obama. Okay. Du willst mich doch verarschen. Ja, die Diesel sind sehr effizient, habe auf dem Hinweg ca. 25 Liter durchgeballert und für 1,47 getankt, da bist du aber nicht schnell gefahren, beziehungsweise konntest du 5,5 Stunden, okay, ja. Ja, ich habe von Autobahnstrecken absolut keine Ahnung. Oh, sorry. So, die Überreste, dann mache ich wieder weg. Oder auch nicht. So, jetzt mache ich wieder weg. So, ich muss aber sagen, mein 320er DSC-Effizient muss ich sagen, okay. Okay, du fährst, glaube ich, in BMW, oder? Ja, okay. Okay, ha, ich habe mein Auto erkannt. Wir gucken jetzt einfach alle weg bei dem, was ich hier tue, okay? Keiner sagt Peter Bescheid. Ah! Warum hat er keinen Schaden bekommen? Du hast zu wenig genommen. Und zweitens, ähm, du musst gleich dein Spiel neu starten. Warum? Äh, die Leiche verschwindet sonst nicht. Doch. Okay. Also bei mir ist die schon zweimal verschwunden. Ich dachte, das wäre fester, aber das wabbelte ja voll rum. Ew. Ew. Ja, der gleiche weg. Okay. Oh, aber da muss ich ja das Kraterius zu hier runter bringen. Als ob das so schlimm ist. Nee, eigentlich nicht. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 So Ich glaube, ich würde jetzt mal eine ganz kurze Pause machen Mach das, mach das Weglaufen und Pizza vielleicht im Backofen stellen Ich bin übrigens ins Wüstengebiet gekommen, nach Fünfeinhalb Stunden Das ist Content, für den ihr da seid Auf jeden Fall Wofür denn sonst? Bob, der Eisenbahnbauer Ja, also Ich bin da mal ganz kurz weg Dann sehen wir uns gleich wieder Ich glaube, ich Ich bin da mal ganz kurz weg 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nee, nee, ich habe den nicht wieder hingesetzt. Nee, weil ich hatte drauf geguckt, einen Tag vorher war das noch, okay, wir stellen 55 Gigawatt her. Ich gucke drauf. Oh, Kacke, da fehlt was. Oh, nee, ist da irgendwas kaputt gegangen. Nee, nee, ist nix kaputt gegangen. Ah, das passt tatsächlich relativ gut. Nee, warte, das passt nicht. Äh, ich müsste das hier ein bisschen anpassen. Dass das nicht daher geht, sondern hier. Das war dann ein bisschen schmaler, aber dann passt es zumindest von den beiden hier aus, dass das genau die Mitte ist. Okay. 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 Der Hund fietscht mich an. Oh, warum das? Wahrscheinlich, weil sie jetzt Hunger hat und gerne was zu Abendessen haben möchte, wenn ich raten müsste. Okay, das kann ich nachvollziehen. Okay. 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 Gib mal raus, bis bald, alles klar, danke fürs reinschauen und dir noch einen wunderschönen Abend. Genau, dankeschön und schönen Abend dir. Boi, boi. Genau, bye, bye. Nein, boi, boi. Achso, ne. Na. Ich geb dem Hund mal eben was zu fressen, ich komm gleich wieder. Äh, jo. So. Und ich guck jetzt mal eben kurz, warum wir so wenig Strom nur herstellen. Hab ich hier hinten vielleicht irgendwas kaputt gemacht? Und wieder ein Nachbar weniger. Okay. Okay. Oh. Okay. Okay. So. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wo geht denn Behehn? Aha! Hatte ich hier doch einen Fehler gemacht Oh genau so hatte ich mir das vorgestellt Das sieht ja echt nice aus Okay 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 Das war's. Das war's. Das war's. Ich hoffe, dass das mit den Bodendurchführungen jetzt ohne Probleme klappt. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Das war's. 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 Nox. Das war's. 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 So. Das war's. Das war's. Das war's. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. ja. jetzt muss ich das Ding nur noch gerade da drankriegen. Oh nee. Natürlich reiße ich das Förderband ab, anstatt einfach den Lift neu zu machen. Das wäre ja zu einfach gewesen. Hey ho, so, hattest du Nox schon geantwortet? Oh. Ah, okay. Hab euer Video über das AKW gesehen, schon mächtig. Ist das eigentlich irgendwo fertig zu sehen, also das Gebäude oder ist das noch nicht so weit? Nee. Wir haben noch gar nicht weiter gemacht. Genau. Aktuell ist das eher Richtung, äh, wir bauen. Och Mila, was bildst du hier? Ähm, das ist so Richtung, ähm, wir brauchen noch die Brennstoffzellen und sowas alles dafür und dann wollen wir erst das AKW fertig bauen. Ja. Nein. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Nie. Ja. Jennifer. Jetzt aber. Jetzt aber. So, das passt von der Höhe her. Das hier war aber definitiv zu weit. So. Ah, du planst deins gerade. Ja. Wir haben das jetzt so gemacht, dass man halt wirklich auf 400 Gigawatt kommt. Wenn man die komplett übertakten würde. Deswegen dauert auch die Planung mit dem Brennstoffstäben so lange, weil wir da halt auch entsprechend groß bauen müssen, damit wir das dann hinterher alles befeuern können. Noh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Erstmal die Binde hier noch hochziehen. Das sieht dann halt schon wieder aus wie ein riesiger Betonklotz. Wieso sagt er mir hier, dass die Bahnstrecke zu gebogen ist? Ah, doch nicht, ok, gut. So, die Fenster machen es auf jeden Fall besser. Ah, Hilfe. So, von hier hinten soll hinterher auch das Kupfererz noch runterkommen. Ich ziehe mir da eben mal Leitern hoch, damit ich da hochkomme. Ich glaube nicht, dass ich so hoch fliegen kann. Also, ich habe gerade festgestellt, der Mk2-Platz, der Mk2-Platz, der Mk2-Platz, der Mk2-Platz, der Planer ist zu klein. Haha. Okay. So, was ich natürlich machen könnte, ist hier auf diese Höhe Glasdeckenfundamente durchzuziehen. So, was ich noch nicht? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, das geht bis hinten durch sehr gut. Ich meine, zu den Wasserfällen hin könnte ich ja theoretisch auch eine komplette Glaswand machen. Ja, könntest du. Okay, das geht bis hinten. So, dann hat man hier nämlich eine schöne Glasecke quasi, wo man dann... ...die Wasserfälle noch aussäen kann. Das sieht ganz cool aus, denke ich. Auf jeden. So. 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 So, hier könnte ich das dann so machen. Dass ich den Splitter hier oben drauf packe. Dann... Dann... Dann machen wir das so, dass ich... Wo ist es? Da. Dann kommt hier ein Förderlift hin. Das passt nicht. Ich muss den weiter in die Wand stellen. den Splitter. Dann... epat. Dann gucken wir das vor... Dann gucken wirvey das vor. Dann nehmen wir die shoes희. Dann hat ich den žechen. Dann hier Blue, dann sind wiriese? Ja. Det war diskutiert jetzt. Ich kann keinen Huhu aus. So, dann geht hier ein Lift runter. Und hier. Hä? Nicht doof? Ich merke, wie meine Gehirnkapazität schon dahin schwindet. So schlimm? Oh ja, total. Ich bin total fertig. Ich hätte eben schon, als ich nach Hause kam, hätte ich mich einfach ins Bett legen können und schlafen können. Okay. Das verstehe ich dann nicht. Hahaha. Ja. Jeżeli? Ja. Ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich überleg gerade, wie ich das hier mit den Förderbändern am geschicktesten mache Ja Kurze Frage, ne? Bevor du einen Totalausraster bekommst Warum nimmst du MK2-Förderbänder? Tu ich nicht, das sind MK5er Oh, ja, jetzt Aus anderen Perspektiven sahen die sehr klein aus So, heißt eins muss da hochkommen und das andere muss hier kommen Heißt, das wird hier gesplittet? So, heißt eins? So, heißt eins? So, heißt eins? Der Splitter steht falsch rum. Nein, warte mal, der stand nicht falsch rum. Nein, warte mal. Nein, warte mal. Nein, warte mal. Ja. Ich sag ja, meine vorhandene Hirnkapazität schwindet sekündlich. Sekündlich. Ich sag ja. 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 Und hier. Und hier. Ich sag ja. 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 Hä? Jetzt passt das ja schon wieder nicht. Oh. Das geht nicht auf die gleiche Höhe. Oh. Nö. Dann. bauen wir das so dass das nicht schlimm ist dann gehen die förderben ein bisschen runter so Warum sitzt das nicht mittig? Oh. Jetzt weiß ich auch, warum das hier so schief aussieht. Weil es schief ist. So, man muss die ganze Strecke in der Breite erweitern. Ah, hab aber schon einen Zaum drum gezogen. Kenn ich was von. Ist absolut kacke. Ich hab mir vorher Baupläne angeguckt und werd die dann... Sollte ich nochmal mit LKWs arbeiten, mit den Bauplänen arbeiten. Funktioniert das so oder muss ich da noch... Nee, ich kann da ja keine Förderbänder dazwischen machen. Doch. Nee, ich komm da nicht zwischen. Doch. Nein. Und von wo hast du gesetzt? Wie, von wo hab ich gesetzt? Ah, nee. Dann sind da welche zwischen. Okay. Es gibt zwischendurch das Phänomen, ähm, dass dann da keine Förderbänder dazwischen gesetzt werden. Weil du die Connection nicht zwischen Splitter und diesem Bodenfass gemacht hast, sondern einfach nur so. Hm. Ja. Mhm. Das war's für heute. 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 So... Hallo, Fabi. Hallo, Fabi. Hoi. Biggie, Biggie. Was? Hm. Nichts. Ach so, das ist so ein Ding zwischen Fabi und mir. Okay. Okay. Also notfalls könnte es behandelt werden, ne? Falls du da irgendwie Unterstützung brauchst. Das kann nicht behandelt werden. Oh. Okay. 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 Das würde ich sie gar nicht haben wollen. Wunderbar. Anders krieg's mich auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt geht's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ecki Audio nur bei mir im Stream, ich habe keine Ahnung, ich hoffe schon. Ähm, ja. Also, ich weiß nicht, wie das bei mir ist. Scheint in Ordnung zu sein. Hm. Dann ja, nur bei dir. Aber das betrifft ja nicht nur die, 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 äh, hier Dingsbums, wenn ich spreche, sondern auch die Musik, oder? Ja, das ist ja, wenn die leckt, ist es doch egal. Hm. Ja, egal. Oh, ich habe was falsch gemacht. Oh nein. Shoot. Oh, manno. Ich bin echt nicht, also, ich glaube nicht, dass das heute ein langer Stream wird, wenn das jetzt schon so ist. Also, es ist kein wirklicher Leck mehr, so wie damals im Voice Meter, dass die Audio quasi alle 10 Millisekunden aussetzt, ist auch nicht durchgehend, nur hin und wieder mal und ja, betrifft alles. Äh, könnte mit dem Bauen zu tun, äh, gehabt haben. Hm, okay. Hm. Hä? Sollte so aber eigentlich nie sein. Hast du überhaupt Musik an? Ja. 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 Nur sehr leise im Hintergrund, weil es mir selbst sonst die Ohren wegbrüllt. Na ja, war jetzt nur zweimal und ist also alles gut. Na ja, also bei mir war es überhaupt nicht. Ah, ich bin so müde. Ah. Wie kann man nur? Ja, ich weiß auch nicht. Na ja. Na ja. Okay. Kann mich das Ding hochschießen? Ach, das ist ja langweilig. Was machst du denn? Ich dachte, der Kassier könnte mich in die Luft schießen, aber es geht nicht. Ich dachte, der Kassier könnte mich in die Luft schießen. Ich dachte, der Kassier könnte mich in die Luft schießen. Ich dachte, der Kassier könnte mich in die Luft schießen. Was hat der denn jetzt angesnappt? Egal, scheint gerade zu sein. Dann juckt es mich nicht. Okay. Ich sehe gerade, dass da dein Twitch-Profilbild vor meinem Namen ist. Das ist wohl neu, damit man sieht, aus welchem Stream der Zuschauer kommt. Nö. Doch. Natürlich. Ansonsten brauchst du ja nicht das Profilbild von demjenigen vor dem Namen. Oder meinst du, weil das neu sein soll? Hm. Warte. Das kam wahrscheinlich mit der Neuerung, wo man die Twitch-Chats merchen konnte. Das kommt nur, wenn man den Twitch-Chat auch mercht. Ach so, ja, ja, das ist klar. Ja, ich weiß nicht. Doch, Fabi war das klar. Das weiß ich. Das weiß ich auch nicht. Doch. Ich aber. Okay. Ja. Ich bin über ein Grünzeug. Patti-Pool. Okay. Ich hatte mal im Kopf, dass die immer da waren. Das dachte ich mir auch. Die ist fast aufs Sofa gefallen. Also entweder zieht es den Körper gerade Richtung Gemütlichkeit oder deine Nasennebenhöhlen sind jetzt auch frei. Oh Mann. Das war ein Doppel-Tanisa, okay? Ich kann nichts dafür. Ich bin halt besonders. Oh, okay. Ich bin nicht. Ich dachte, du bist das Swami. das ist schon spät und ich habe keine willenskraft mehr dagegen zu halten okay dann musst du jetzt leiden nehme ich mache einfach gleich aus und geschlafen ganz einfach die idee finde ich auch sehr gut weil ich bin auch ein wenig müde vor allem weil ich morgen halt auch einfach schon wieder nicht ausschlafen kann das sind auch selbstgemachte leiden aber ich habe das hauptziel für diesen stream auf jeden fall geschafft das ist mega sehr gut ich habe nichts geschafft heute nein warte nichts stimmt nicht aber nicht viel also an sich habe ich auch nichts geschafft weil ich nur eine zugstrecke gebaut habe die man nicht hässlich aussieht wie wäre es wenn nun mal dinge fürs wochenende absagen damit du ausschlafen kannst ich habe gestern ausgeschlafen ich habe gestern sehr ausgeschlafen das wandern also geschlafen geschlafen habe ich bis halb elf glaube ich und den restlichen tag habe ich einfach nur im bett und habe nichts getan stimmt gar nicht das war gelogen ich war baden aber das zähle ich jetzt nicht zu sonderlich anstrengenden dingen hätte ich jetzt auch gesagt vielleicht sollte ich das so bauen dass ich hier den geysir noch da noch so einen stromgenerator gedönsbums drauf schmeißen kann ich das was feuchten aber spieler ist im weg ich bin nicht im weg fehlende materialien ja das schon eher was deswegen ich den ganzen bums gemacht weiße die meisten chatter in meinem chat sind einfach nur leute die mir irgendwelche viewer andrehen wollen kruzifix merkt man dass ich leicht reizbar bin ein oder dann ist sehr gut ich weiß gar nicht um die uhr haben wir morgen eigentlich treffen bestimmt zu einer unchristlichen zeit kam jetzt die erkenntnis 10 uhr warum tut ihr sowas darf ich dir einen wüger verkaufen du bezahlst mich dass ich zugucke das ist ja dankeschön meisterkuchen hat auch echt lange gedauert aber sieht wirklich richtig richtig gut aus das sieht aus als ob ich jetzt kein ja frage das mit den viewer bots kaufbots sind die an sich immer bereits von twitch aus markiert nein ich glaube das macht der wise bot ja aber twitch wird auch nach und nach immer besser also es kommt öfters vor dass bei mir auch welche blockiert werden aufgrund von verdachtsmomenten ja also also ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, hallo, Kretosch. Achso, von dir war die Nachricht, dein Grün ist so ähnlich wie das von Fabi. Nein, wo ist das Banty? Ich meine, das ist... Achso, ja, ich glaube, das macht Twitch selber. Twitch hat mir auch gestern, nee, vorgestern gesagt, dass eine Freundin von mir als verdächtig markiert wurde. Aber ich glaube, das lag... Ich weiß nicht, die hat den Encounter erst seit diesem Jahr. Es kann daran liegen, aber... Und halt noch nirgendwo anders als bei mir geschrieben, glaube ich. Ja, sehr verdächtiges Verhalten. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Jetzt muss hier noch eine Pumpe hin. Da muss der untere Teil hier dann hinterher nur mit... Moment, macht der nicht schon Strom? Ja. Ah, nice. Ich habe die T-Kreuzung hingekriegt. Nice. Du kannst dir sicher sein, dass ich mir ein paar Bauideen abgucke. Äh, 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 äh... Gerne. Also, tu dir keinen Zwang an. Oha. 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 Sehr nice, Corby. Guck mal bei mir auf den Stream. Ja. Und da, wo das Fadenkreuz ist. Ich könnte jetzt eine Zugverbindung zu deiner Motorenfabrik bauen. Das ist halt perfekt da durch, ne? Ja. Ja. Wie gut. Könnte ich hier... Warte. Das Geile ist, das sind Module, da kann ich einfach von hier losbauen und durchgehen. Ja. Hehehe. Ah, die LKW-Strecke läuft. So. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Äh, Hubschrabschrabschrabs oder andere Möglichkeiten? Oh Gott. So. Und die kleine Strecke, die ich jetzt über fünf Stunden gebaut habe, ähm, müsste ich noch mal plus bauen. Kacke. Kacke. Wie plus bauen. Ähm, die gleiche Strecke geht noch mal durch die Wüste. Von der Länge her. Tja. Hehehe. Aber es sieht halt richtig gut aus. Ja, es ist mal was anderes und nicht, ähm, das fand ich bei der anderen, die wir oben haben. Äh, die ist nicht cool designed, das ist einfach nur so ein Damm durchs Wasser. Mhm. Aber hier hat man ja auch andere Möglichkeiten jetzt. Ja. Ich kann ja jetzt hier einfach, wenn es richtig gemacht worden ist, unten einsteigen. einsteigen. Falsche Richtung. Äh. Alter. Geht doch. Entschuldigung. Einsteigen und bin hier in der T-Kreuz und kann mir jetzt aussuchen, wohin ich reisen will. Zum Beispiel den, äh, epileptischen Train. Es wird nur noch schlimmer, keine Sorge. Ach, na dann. Vielleicht sollte man so eine Reisewarnung aussprechen, könnte Epilepsie auslösen. Mhm. Äh, ich frage mal jetzt hier, Standartstellung, äh, du kannst die direkt blockieren, sodass die nur für Mods im Chat sichtbar sind und bei normalen Zuschauern gar nicht auftauchen. Äh. Das reagiert aber total selten. Äh, ne. Also das habe ich bei mir auch eingestellt, ähm, aber bei mir kommt das irgendwie gefühlt bei den Zuschauern, die der Y-Spot jetzt weggeblockt hat, vielleicht einer von sieben oder 8. Reagiert Twitch dann da drauf? Ich meine, im Endeffekt ist mir das egal. So. Brumm, brumm, Motherfucker. Ja. Ja. Ein Traum. Oh, warte. Oh, warte. Speckpilz. Ha! Speckpilz. Speckpilz. Ja. Beleidigung für dicke Leute, die kein Beintraining machen. Äh, naja, das Feature ist ja auch noch relativ neu. Ich denke, dass wir, äh, die ganzen Bots müssen ja auch erstmal per Hand beziehungsweise per Bot gebannt werden, damit Twitch die flaggt. Ja, davon gehe ich halt auch aus, deswegen banne ich die auch immer weg. Äh, da lernen ja alle dann davon. Ja. So. Also, wenn du möchtest, darfst du das nicht aktivieren. Ich lass jetzt gerade mal ne Stoppuhr mitlaufen, ich will mal wissen, wie lang die Strecke für den Zug ist, nur um an die T-Kreuzung zu fahren. Ja, hab ich eh schon gemacht. Ja, hab ich mir gedacht. So, einmal durch die Kontaminationstür. Ja, ab. Ja. Ja. Vielen Dank. Also der Zug fährt eine Minute dreißig bis genau hierhin. Uff. Ja, da ist ein Bitten unterwegs, würde ich sagen. Ja, da ist ein Bitten. Das machst du nicht. So. 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 Sobald hier Strom angeschlossen ist und irgendwie das Katerium und das Kupfererz, werden hier zumindest schon mal reine Kupfer und reine Katerium waren hergestellt. Das ist doch schön. Ja. Also nicht ganz unerfolgreich der Stream, aber bei weitem nicht so wie ich es gehofft hatte. Aber eigentlich war mir das schon klar, als wir im Auto auf der Heimfahrt waren. Äh, ja. Aber bisschen was wollte ich heute zumindest noch machen. Jetzt habe ich ein Projekt für die nächsten Streams. Ich glaube, ich baue noch eine, ähm, eine Gerade, wo keine Booster drin sind. Das hat ein bisschen Überhand genommen, du. Ach. Findest du. Ja. 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 So. Man kann die Kacke nicht umbenennen. ja ich glaube ich mache an dieser stelle auch schon wieder feierabend ich kann wirklich überhaupt nicht mehr ich starre diese fabrik an und mir fällt einfach nichts mehr ein mein gehirn ist quasi matsche kann ich überhaupt nicht nachvollziehen weil ich werde auch denke ich dann mit dir in den feierabend gehen das klingt nach einer fantastischen idee hast du jemand zum raiden ich wollte fabi gerade fragen ob er den stream jetzt anschmeißt möchtest du die ganzen baupläne die du da erstellt vielleicht sortieren so nach schienen und so oder zu oder irgendwie sowas ja wollte ich das wäre ja mit arbeit verbunden jetzt macht den stream an genau so Aber ich weiß doch selber nicht, was ich in Stormbrook machen soll. Du hast doch bestimmt Quests oder so. Die kannst du doch machen. Jetzt mach deinen Stream an. Ansonsten hätte ich gerade aktuell keinen, aber ich kann hier jemanden raussuchen. Aber ich bin alleine. Nick is busy. Wenn ich alleine streame, rede ich kein Wort. Und da ich nicht so lange im Stream bleiben werde, weil ich schlafen gehe, werde ich auch nicht so viel schreiben. Naja, ich guck mal, ob jemand gerade Saate streamt. Ja, dann würde ich jetzt einmal zu dir rüber raiden und mich dann einmal verabschieden. Ja. Morgen Vormittag werde ich dann streamen und nachmittags bin ich dann mit einem Kollegen unterwegs. Mhm. Genau. Also morgen Vormittag dann wahrscheinlich. Und so erstmal euch allen eine gute Nacht. Schlaf gut. Und dann hören und sehen wir uns morgen wahrscheinlich. Und also dann, und dann erstmal Schöreö und auf Wiedersehen. Bis deine Antenne, auf Reingehauen und Danke fürs Dabeisein. Und dann viel Spaß, wo auch immer Mani euch hindleitet. genau also haut rein auf Wiedersehen und danke nochmal fürs dabei sein ciao bis gleich